Leute, bevor das Intro losgeht, muss ich euch noch eine Sache sagen. Wenn ihr meinen Kanal in den nächsten 5 Stunden abonniert, dann wird eine Playstation 17 durch euer Fenster auf euer Bett fliegen. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Kilian Degang heute wieder amonk... amongas. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr mein neues Intro findet. Also ich habe in einem letzten Video, das war das, wo ich meine Kanalanalytics angeschaut habe mit euch, da habe ich das Intro in voller Länge mal gezeigt. Ich habe es auch auf meinem Zweitkanal veröffentlicht, den ihr einfach finden könnt bei mir irgendwo. Oh, also ihr müsst da auf meinem Kanalprofil gehen, da müsst ihr nach rechts swipen, dann steht da irgendwo Kanäle und da sind drei Kanäle verlinkt. Einmal mein Account, mein zweiter Accounten halt. Dann, ähm... Ach, ich habe keine Ahnung. Komm, lass uns einfach starten. Ich suche mir mal eine Runde. Okay, jetzt starten sie und ich hoffe ich mit einem Poster, das wäre geil. Natürlich nicht. Ähm, das Blöde ist jetzt halt, wir haben hellgrün und das ist irgendwie meistens eine sassige Farbe, aber ich habe den Scan, ohu. Oh nein, weiß, geh weg von mir. Oh, ich habe ja hier. Dings. Also ich hoffe, dass diese Folge etwas leiser wird als die letzte Mal. Ähm, ich würde sagen, wer die letzte Among Us-Folge gesehen hat, der sollte wissen, was ich damit meine, dass wir jetzt mehr etwas ruhiger werden. Oh, guck mal, das sieht ja aus, diese, ähm, Dinger. Ich lasse mal braun alleine. Okay. Hm, ich habe einen Balkon, habe ich... Äh, keine Leiche. Äh, da habe ich eine Task. Orange. Äh, ja. Äh, toll. Bis zur nächsten Runde. Und? Was sind wir oder was werden wir? Was mache ich aus meiner Zukunft? Puma left the gap. Ich bin wieder cool. Ähm. Ohne es lieben, waren wieder 100 Leute. Es ist so traurig, dass ich privat so oft Imposter... Das habe ich schon in der letzten Folge angesprochen. Ich werde in den Runden so oft Imposter in den privaten Runden. Aber wenn ich ein Video aufnehme, ist es wie ver... Okay. Nie werde ich Imposter. Acht, sieben, sechs, sieben, fünf. Hä? Okay, das sind wahrscheinlich schlaue, ähm... Imposter oder wenigstens gibt es einen schlauen Imposter, weil... Die meisten machen das Licht aus, weil das halt irgendwie effektiver ist. Aber... Es ist halt auch schlau, wenn man die Coms ausschaltet, weil dann kann man keine Kameras mehr angucken. Man kann, äh, keine Tasks mehr so einfach finden. Also wenn man dann hier drauf geht, dann sieht man die nicht mehr. Ähm, ich glaube, die, die Taskanzeige wird dann auch, ähm, nicht mehr angezeigt. Und ich glaube, ach, ne, ja, Fix Lights. Und diese Dinger, die gibt es hier nicht mehr. Das übrigens, das checke ich überhaupt nicht, ähm... Wollte ich mal gesagt haben. Okay, gelb kommt mit mir. Angst ist da. Oh, das ist eine coole Task. Äh... Ich soll dieses Don-Due, oder was das ist, soll ich, also... Okay, wo ist's gelb? Hä? Wo ist's gelb? Hä? Wann... Hä? Wann... Hä? Gelb? Hä? Okay. Okay, schreib mal... Okay. Naja. Ähm... Liefetz. Blatzkopf. So, ja. Ja, guckt euch das an. Lila. Lila ist es 100%. Okay, wir wissen nicht, ob er ein Post ist. Ich bin mir so 100% sicher, dass Lila Sparell der einzige war, der nicht, ähm, Dings gevotet hat. Und ich habe hier einen Download auf Wish bestellt. Ich hab' was auf Wish bestellt, oh mein Gott. Hm, ich geh' mal eben die Light fixen, ne? Mann. Rot, rot, rot! So, ich hab' jetzt geschrieben, Red killed perp, it's red. Ich weiß nicht... Wann ist das Electrical? Ähm... Light... Fix. Ja, komm. Ja, komm, das, das war, das war, das war, das war ein Easy Win. Ja, da, win. Ähm... Das sieht ja geil aus, diese, diese Schrift. Jaaa, gewonnen. Okay, bitte. Bitte, lass uns einfach Imposter werden. Einfach mal Imposter und wir werden Imposter. Yes. Hm, okay, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Hä? Hm? Was, das war mein, äh, das war mein, äh, äh, Maid? Oh. Oh. Gut, na dann. Hä? Och, nee. Warum backt alles rum? Ich wollte jetzt weiß. Auch, wenn, wenn ich jetzt der Einzige bin, was, 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 warum werde ich rausgevotet? Er hat gesagt, blau. Nee, also, warum hat er gesagt, blau, aber drei Wochen nicht und keiner blau? Blau, komm, töd ihn einfach, töd ihn einfach, diesen... Alter. Jaaa. Haaa, haaa. Haaa, haaa. Ich unterstütze ihn jetzt. Ich unter... Ich lief nicht. Ich unterstütze ihn. Wo geht er hin? Wo geht er hin? Wo ist er hingegangen? Ich wünschte mir, da ist ein Mongas, gab es sowas wie so ein, ja weiß ich nicht. Wie heißen die Dinger? Also wo man halt da unten so eine Leiste hatten, da kann man einen Namen eingeben oder, ne? Wollen wir schon fragen mehr? Gelb schreibt Orange. Ja, ja, let's go, gewonnen. Let's go. Gewonnen bei Blau, der geilste Imposter-Mate ist, den man haben kann. Ja, komm, Runde gewonnen, auch wenn random rausgeworkelt wurden, werde ich privat auch immer. Man wird halt immer grundlos gesasst, ja? Das hasse ich. Okay, let's go, vielleicht werde ich wieder Imposter, wer weiß. Nein, jetzt werden wir Crew-Mate. Hm, naja. Hm, ja. Die Leits fixen. Ach ne, was für Leits fixen. Äh, ja, doch, doch, jetzt die Leits fixen. Jetzt können wir die Leits fixen. Und jemand, irgendjemand wird jemanden töten. Vielleicht wird es auch lila sein. Okay, lila und pink sind bei mir. Ich mach erstmal die Task. Was? 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 Warte mal. Warte mal. Es war doch, hä, aber lila ist noch mit pink gelaufen. Richtig? Ich hab's auf Aufnahmen. Lila ist mit pink gelaufen. Ja? Und warum ist dann eine Milliseko, okay, vielleicht nicht eine Milliseko, aber zwei, drei Sekunden, danach emergency meeting, pink ist tot. Warum kommt Schwarz zu den beiden hin, ja? Und tötet sie, obwohl lila genau da ist. Was? Wie geht? Oder ist es ein Hacker? Keine Ahnung. Hä? Okay, wir sind zu 10. Und jetzt starten wir die nächste Runde. Und wir sind cool, ey. Was auch sonst? Oh, wir haben einen Rektor richtig viel. Oh, es ist glaube ich lila. Weil keiner ist mit zu Rektor gekommen. Außer ich. Weil meistens können die, die zu Rektor gehen. Oder in diesem Gang da, ja? Genau die sind Imposter. Deswegen halte ich mal lila im Auge. Aber grün schreibt, dass es pink ist. Hm? Warte mal. Okay, wenn es jetzt, äh, pink nicht ist, dann ist es grün. Das wissen wir. Lila ist gelieft. Also wenn wir gleich wissen, ob sie oder er Imposter war. Sie sieht mir nach einer sie aus. Oder er oder sie sieht mir nach einer sie oder er aus. Äh. Warum schreibt pink jetzt orange? Was? Okay, ich check die Logik von, oh, äh, pink grad nicht. Das ist richtig sass. Erst sagt sie, nee, das ist kein Self-Report. Es war grün. Und dann? Pink und rot. 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 Fix die Leid, ich will eben ein. Shallme-insing. Buttons berücken. Bitte. Komm! Okay, ich habe ihn jetzt schon gevoltet. Ich habe geschrieben, now lim&r. Your Imp. Also Imposter. ich glaube dass pink noch nicht mal so unrecht hatte und ist vielleicht grün und orange war so im juli i'm not imposter i'm not imposter ich bin nicht imposter ich bin einer der mie heißt und grün ist und ne Zugfahrer Dingsat you lie orange i'm in electrical in caps logs what schreibst du jetzt du schreibst nichts du votest und black wenn hell green is imposter it's black pre-cores and he voted the skip okay oh nein ich bin im tas stecken geblieben scheiße scheiße ich bin alleine aber rot wenn rot ist jetzt mit mir alleine und hat mich nicht getötet aber orange und schwarz sind jetzt alleine oh okay ja komm let's go gewonnen ich würde sagen wir machen noch eine einzige runde aber vielleicht nicht in der runde weil das nur noch vier und ich bin admin es startet jetzt es startet oh yeah und was bin ich was bin ich ich mach die augen erstmal zu ich seh wenn ich schon dieses häss diese hässliche cyan farbe seh dann muss ich dann muss ich immer erbrechen wohnen wir bislang jede folge immer ein einziges mal im poster ich mag die gasten warum sieht man beim dings immer alles warum sehen wir hier bei likes fix immer alles äh schwarz warum verfolgst du mir verfolgst du mich oh ne verfolgst du mich mich das mag ich nicht ha ich bin so lustig comedy king hoffe mhm task completed sprechen die polnisch ich bin auch ich ich bin und zwar ähm pole aber ich kann das nicht ich kann zwar tschechisch sagen aber mehr kann ich auch nicht ähm okay ich hab blau gewotet weil letztes mal ja komm komm ich wusste ich 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 wusste es so und ich hab ja gesagt das wird heute die letzte folge ähm lasst einen like da wenn ihr dieses video gefallen habt und wie schon im pre-intro gesagt ähm abonnieren für eine gratis ps17 oder xbox xa also da würde ich sagen habt noch einen schönen tag und ich ruf bei wie sie bei inners love an warum ich nie imposter wert tschüssi 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 tschüssi